Was geht, Jungs und Mädels? Ey, viele haben es vorgeschlagen. Ich bin zurzeit geil drauf und will fast jeden Tag was hochladen. Und deswegen gibt es heute OME-TV. Aber mit zwei Kameras. Einmal mit der hier und der hier. Wenn ich die andere benutze, sagt jeder, ich bin YouTuber oder sowas. Ich mag das nicht. Und jetzt bitte abonnieren. Hi. Hi. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Ja, wir haben gerade von OME... Also, wir haben unsere Nummer von OME irgendwen gegeben. OME. Ja, aber die waren für sympathisch. Ich melde euch jetzt. Ich möchte das. Ich melde euch jetzt. Joli! Hallo? Hallo? Bruder, alles okay? Ja, jo. Yo, was läuft, Bro? Nichts, ja. Machst du dir gerade einen geilen Soccerabend oder wie oder wett? Rock'n'Roll, Alter. Geil. Was? Ja, Mann. Rock'n'Roll, Alter. Geil. Genau. Bruder, sollen wir mal zusammenzocken? Nope. Hey. Hi. Bruder, was hast du für ein Handy, yo? Das leckt voll. Bruder, hallo? Hörst du mich? Oh. Was geht? Oh, freshe Pose. Genau. Hot. Hey. Bro, war doch fresh. Hi. Hi. Was macht ihr so cooles? Deine Mutter, guck mal. Ich hab das gerade fast ausgespuckt, was ich in meinem Mund hatte. What the fuck? Was hab ich gemacht? Was? Warum werd ich die ganze Zeit beleidigt eigentlich von jedem? Hey Mädels, was macht ihr da cooles? Ich hab grad ein Foto von jemand anderem gemacht. Ich hab's nicht gespeichert, aber... Warum machst du das da nebenbei mit dem Becher? Keine Ahnung. Oh, nicht schlecht. Warum hast du ein Bild von mir? Keine Ahnung. Ich speichere es nicht. Das ist gegen Datenschutz, ne? Hör auf damit. Hör aufhören. Der kann nicht aufzeigen. Ich zeig dich an. Ich speichere es nicht. Ich zeig dich jetzt sofort an. Sofort. Ich hab's nicht gespeichert. Ich zeig dich an. Es reicht. Hier, guck. Ich hab's nicht gespeichert. Ich zeig dich an. Es reicht. Hallo, bitte nicht. Das ist nicht mein Tablet, sondern das ist mein großer Torniertablet. Ich zeig die alle an. Ey, yo. Digga, ich glaub ich kenn dich. Hm, weiß ich nicht. Warum hast du ne Sonnenbrille auf? Hast du mal, Digga, Gigant? Wirst du ein YouTuber? Nee, warum? Oh, das ist geil, Alter. Warum verarschst du Kinder? Hallo? Leck mal, ja, oder wie du heißt. Ja, aber ich verarsch's doch niemanden. Geil, ist das ein Kaktus, ja oder nein? Was soll das sonst sein? Ey, yo, what the fuck? Was geht? Was geht, Bro? Ich will vor mir eins, Hauker. Warum hast du so ein Kondom auf dem Kopf? Das ist das, was meine Eltern eigentlich benutzen wollten. Aber jetzt bin ich hier. Scheiße. Ja. Tut mir leid für die Welt. Ciao. Hi. 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 Ich bin der Käppi nice. Hm? Was ist? Ich find deine Käppi nice, hab ich gesagt. Danke, Bro. Ich find dein Zimmer nice. Danke. Machst du einen sympathischen Eindruck. Ja, äh, ich wollt grad meinen Akatsuki-Mantel holen. Extra wegen deiner Käppi. Sorry. Äh, ich melde dich jetzt, okay? Wieso? Ich melde dich jetzt. Wieso? Mir gefällt das nicht, was du hier machst. Ich melde dich. Melden. Ah, ja. Oh, hallo. Hi. Was machst denn du das? Ich mach nix. Und du? Ich lass hier die Seele baumeln quasi. Hier auf Omen TV. Du bist irgendwie leiser. Aber ich laut bin. Was lachst du denn? Yo. Jo. Was geht, Bro? Was geht bei dir? Chillen. Bisschen den crazy steifen abchillen. Bei dir? Ey, das geht mal ja. Chill mal. Was ist das? Ein YouTuber. Ja, dann begrüßt ihn oder so. Hallo? Was geht, Bro? Hallo? Hallo? Sie weiß nicht, ob sie was von ihm will, aber mach sich an ihn ran. Hauptsache, sie hat ihn erst mal, ne? Foto. Was eine Schlampe, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Warum? Was ist denn los? Ich hab nen Crush. Scheiße. Meine beste Freundin macht sich an meinen Crush ran, weil sie ihn hübsch findet, weiß aber nicht, ob sie was von ihm will. Und ich weiß genau, dass ich was von ihm will, Alter. Was ne Bitch. Ja. Aber ich will halt auch keinen Streit mit ihr anfangen, weil ich sie seit 10 Jahren kenne. Sie weiß, dass du was von ihm willst? Ja. Scheiße auf die Bitch, Alter. Und weil sie weiß, dass ich nicht Nein sagen kann, nutzt sie das aus. Das Ding ist, halt meine Freundin, die mit ihr gerade geredet hat, die liebt ihn und mag ihn halt auch sehr. Und das ist dann auch scheiße, wenn ihre besten Freunde dann halt auch sowas sagen. Wie alt seid ihr denn, wenn ich mal so fragen darf? Sie ist 12 und sie ist 14. Ja, das ist gut. Was geht Mädels? Den lacht du ja schon. Ich weiß. Scheiße. Ey, wurdet ihr immer noch nicht gebannt? Ich melde euch jetzt ein zweites Mal. Mir gefällt das nicht, was ihr hier macht. Mir gefällt das nicht. Was geht? Warte mal, bist du nicht mein Nachbar? Ja, Mann, Bruder. Ich bin dein Nachbar, Alter. Gib mir mal ein G. G? Gib mir ein M. M? Gib mir noch ein M. M? Gib mir ein B. B? Gib mir ein H. GmbH, ja. Was heißt das? Geh mir mal ein Bier holen. Komm mal. Der platz der Kram, ja mal. Geh mir mal ein Bier holen. Was war das jetzt? Ja Mädels, ich wünsche euch noch eine sehr angenehme Nacht, ne? Ist das jetzt ihr Scheiß-Erst? Was hat sie gemacht? Sie folgt jetzt ihren besten, äh, seinen besten Freund, ne? Und der hat mir jetzt ne... Wenn du mich fragst, ist das so ne Bitch, ne? Was hat die denn vor? Ne, echte Bitch. Ey, du kennst ihn viel länger als sie. Was heißt viel länger? Ich kenn ihn auch erst seit heute. Aber ich mag ihn. Alter. Ey, was ist das? Der Typ war einfach tot gerade, I don't know. Ich weiß nicht, geht's ihm gut? Meld dich, wenn du das siehst. Hallo? Was geht, Jungs? Wie geht's euch? Gut, und dir? Was geht denn dich das jetzt an? Blackscreen, Bro. Ey, no. Blackscreen? Nennen wir ein YouTube-Video? Also, ich weiß nicht, inwiefern euch das jetzt interessiert, wenn man eh gar nicht... Ey, yo, was geht? Ey, yo. Ich grüße dich. Wie heißt du denn? Mach mal einen ruhigen. Wie heißt du? Fick den Zocker 424. Ey, gib mal einen, gib mal einen. Warte, warte. Fick den Zocker, wahrscheinlich heißt das, Junge. Doch. Gib einen. Auf YouTube? Ja. Ey, Junge, wo bist du da, Junge? Wo bist du? Was redest du? Was habt ihr denn eingegeben? Fick den Zocker 424. Ah, fuck. Sorry, warte. Ey, gib mir nur ein Hand. Ich hab den falschen, ich hab den falschen gerade gegeben. Das ist mein Insta-Name. Aber jetzt ist mein... Warte, ist es jetzt auf YouTube oder Insta? YouTube. Das war nur mein Insta-Name, aber ich hab Kopfdreher gehabt, ne? Schokoladenzocker. 2-3. Ihr wolltet doch meinen Twitch, oder? 2-3. Nein, nein. Ach, Junge. Ich mach wegen YouTube-Video. Ey, Digga, mach verhoff damit, Junge. Ich mein's ernst. Soll ich euch YouTube sagen? Ja. Ach so. Ja, ich hab erst die ganze Zeit twitched und was... Sorry. Habt ihr? Ach, Junge, halt deinen Mund, Digga. Sag jetzt hier nur, wie heißt du? Ich heiß so, komm, Jungs. Greg Mayer, was laberst du, Junge? Wallahi. Ey, was? Ich schreibe meinen richtigen... Ich schreibe Fick den Zocker. Ich schreibe Schokoladenzocker. Ich schreibe Hundessex. Und bei Greg Mayer sagt ihr, was laberst du? Euer Ernst? Das geht. Was hast du für ein Greenscreen da im Hintergrund? Voll geil. Ey, wenn man den wegbearbeitet, ich kann dich irgendwo hinbearbeiten einfach. Ja, mach ihn, mach ihn. Soll ich dich mal irgendwo hinbearbeiten? Stell dich mal genau so an den Greenscreen und dann bearbeite ich dich auf Toilette oder sowas. Ja, das passt. Bruder, jetzt mach noch ein paar Geräusche, als würdest du grad scheißen. Bruder, jetzt mach ihn.